hallo und herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch das album der m&m show von m&m alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und im vinylinhalt sowie natürlich auch die links zum album und soviel findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung m&m show das ganze aus dem jahr 2002 werden das ganze mal aus der folie holen und uns dann in ruhe ansehen in cd form beziehungsweise auch als vinyl erschienen in dem fall stelle ich euch die vinyl vor da ich glaube dass die cd jetzt nicht ganz so spannend ist und nachdem m&m ja keine boxen in dem sinn produziert hat wie so klassisch im deutschen web aktuell stelle ich euch an dieser stelle die vinyl edition vor also so sieht das gute stück aus wir haben hier den schriftzug m&m darunter m&m show und wir haben hier einen roten vorhang hinter dem der gute mann der interpret des albums platz genommen hat ein verweister mikrofonständer und rechts unten im eck lesen noch den verbraucherhinweis auf englisch es ist in meinen augen eines der bekanntesten cover zumindest im deutschsprachigen oder das heißt im deutschsprachigen speziell im amerikanischen raum natürlich auch aber generell zum thema rap gibt es glaube ich wenig cover die so einen wiedererkennungswert oder so eine bekanntheit erlangt haben auf der rückseite haben wir die tracklist und da haben wir insgesamt 20 tracks verteilt auf zwei vinyls a seite b seite c seite d seite hier haben wir noch die info executive producer dr trey credits und barcode ansonsten ja auch wieder hier der rote vorhang inklusive des verweist mikrofonständers und von der seite sieht das ganze so aus wir lesen auch hier wieder m&m show das ganze noch mal etwas schwächer abgedruckt gut und hier unten haben wir noch die frage ob man es lesen kann sie ist gerade unscharf aftermath kann man es lesen ja aftermath records gut wir kommen zum inhalt so ich hoffe dass das jetzt leer ist jawohl nichts mehr drinnen als erstes haben wir hier ein booklet und in diesem booklet haben wir jeden track einzeln aufgelistet einerseits natürlich die infos wer daran beteiligt war und auf der anderen seite haben wir noch fotos vom entstehungsprozess und dann haben wir noch die ganzen texte bedeutet wirklich jeder track ist hier wort für wort abgetippt relativ klein die schrift aber man kann es durchaus lesen weitere aufnahmen hier m&m im bademantel wie er gerade die mülltonnen rausbringt spannend und dann hier nochmals die beteiligten des albums und die restlichen texte gut das ganze wie gesagt eine doppel vinyl bedeutet wir haben hier in diesem weißen papier cover einmal die erste vinyl auf der a seite haben wir fünf tracks und auf der b seite haben wir dann fünf tracks ebenfalls das ganze klassisch in schwarz gehalten und in der mitte auch hier wieder diese rote vorhang optik so dann haben wir die zweite vinyl diese ebenfalls in schwarz gehalten sieht so aus die c seite mit vier tracks und dann die d seite mit sechs tracks jawohl gut wir verstaunen das ganze mal wieder in den hüllen und zum abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen was sich alles in der vinyl edition befindet einmal die eben gezeigten vinyls a seite b seite c seite und die seite dann dieses riesen booklet mit den ganzen infos zum album das alles in dieser wunderbaren vinyl edition m&m show von m&m mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise der vinyl schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr m&m unterstützen möchtet dann findet die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt auf euch auf ciao